Servus zusammen, ich bin heute in einem Kuhstall unterwegs. Warum in einem Kuhstall? Ja, auch hier kann man eine ganze Menge automatisieren. Was genau hier mit dem Loxone Mini Server umgesetzt ist, sehen Sie in einem unserer nächsten Videos. Also einen YouTuber-Kanal abonnieren und das nächste Video entdecken. Der Moritz ist schon fleißig am Filmen und am Kühe streicheln und realisiert wird das Ganze mit der Firma LockDrive bzw. LockAntriebstechnik. Die sind nämlich dafür verantwortlich für die ganzen technischen Einrichtungen hier. Was wird hier alles gemacht? Also von der Belüftung über die perfekte Beleuchtung für die Kühe bis hin zum smarten Energiemanagement. Also dranbleiben, den Loxone YouTube-Kanal abonnieren und Video entdecken.